Hi Leute, hier ist Anja von Beachinspector und ich melde mich gerade mit einer Sonderausgabe. Anja im Norden von Mallorca, wie ihr seht, hier geht es nicht ganz so touristisch zu. Ich bin gerade an der Cala Figueres und das ist wirklich in der nördlichsten Spitze von Mallorca und ja, hier gibt es nicht ganz so viel außer mich und ein paar Bergziegen. Ja, es ist wirklich ein wunderschöner Strand. Ihr solltet ein bisschen fit sein, ihr solltet mindestens genauso gut klettern können wie so die Bergziegen. Hier geht es nämlich 15 Minuten ziemlich steil runter, aber dafür ist es echt eine spektakuläre Aussicht. Ihr seid hier mitten im Gebirge und habt hier einen kleinen Steinschrand, der wirklich in wundervolles Wasser reingeht. Das ist super klar, bringt auf jeden Fall einen Schnorchel mit, wenn ihr einen habt und schaut euch hier die Unterwasserwelt an. Dies ist auf jeden Fall wert gesehen zu werden und ja, ich kann nur sagen, es ist super schön hier. Kommt vorbei!